Zuletzt haben wir uns ja schon mit dem Wahlverhalten nach Altersgruppen auf Bundesebene auseinandergesetzt und heute will ich mal etwas anderes machen. Ich will nicht auf Bundesebene schauen, sondern auf Landesebene. Ich möchte auf das Wahlverhalten nach Altersgruppen bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt blicken. Denn Infratest DIMAP hat dazu Werte veröffentlicht und die will ich euch in diesem Video vorstellen. Und wir wollen auch mal überprüfen, ob unsere Beobachtungen, die wir auf Bundesebene gemacht haben, auf Sachsen-Anhalt zutreffend sind, beziehungsweise in Sachsen-Anhalt zutreffend sind, oder ob bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt doch deutlich anders gewählt wurde, als wir es auf Bundesebene, zumindest bei den Wahlumfragen von YouGov, beobachten konnten bisher. Ja, welche Beobachtungen haben wir denn gemacht? Wir haben zwei dieser drei Beobachtungen schon herausarbeiten können oder machen können, nämlich erstens, dass Grün und FDP die besten Werte bei jüngeren Wählern haben und zweitens, dass die AfD besonders starke Werte in der Altersgruppe 35 bis 54 Jahre hat. Jetzt, dieser dritte Punkt hier, der fehlt noch. Wir haben ja noch nicht die älteste Wählergruppe bei YouGov betrachtet, aber ich kann es an dieser Stelle spoilern. Die SPD und die Union haben eben die besten Werte unter älteren Wählern. Und die Frage ist, trifft das dann alles auch in Sachsen-Anhalt zu? Und das finden wir jetzt heraus. Wir wollen natürlich aber noch ein bisschen mehr als das machen, uns generell eben diese Werte einmal anschauen. Und das machen wir in Form dieses Diagramms. Das bedarf jetzt sicherlich erstmal kurz einer Erklärung, wie dieses Diagramm funktioniert. Zunächst einmal seht ihr hier die Werte vom vorläufigen Endergebnis eingetragen. Das ist also das Ergebnis, das euch bekannt ist, wenn ihr euch das Ergebnis mal angesehen habt. Und jetzt seht ihr hier unten jeweils angegeben die Altersgruppen, die es bei Infratest Dimap gibt. Das sind mehr als bei YouGov. Und da werden jetzt gleich die entsprechenden Balken kommen für die einzelnen Parteien. Also am Ende sind hier ganz viele Balken zu sehen. Und für jede Partei sieht man dann also einmal einen Gesamtbalken und sechs Altersgruppenbalken. So, ich denke, im Prinzip sollte klar sein, wie das jetzt funktioniert. Klarer wird es, wenn ihr jetzt eben die Werte sehen werdet. Und fangen wir einfach mit der Wählergruppe 18 bis 24 an. Interessanterweise liegt dort die Gruppe der sonstigen Parteien ganz vorne mit 21%. Ich habe jetzt leider bei meiner Quelle nicht entnehmen können, welche sonstigen Parteien wie stark geworden sind. Vielleicht weiß das jemand, wie das bei Infratest Dimap war. Dann könnt ihr das gerne einmal unten in die Kommentare posten. Aber es ist doch sehr interessant, dass bei den 18 bis 24-Jährigen die sonstigen so stark sind, 21% und damit sogar stärker sind als die Parteien, die es am Ende in den Landtag geschafft haben. Ja, ansonsten fernab der Sonstigen sehen wir, dass die CDU vorne liegt. Allerdings nur einen Prozentpunkt vor der AfD. Und 18% ist für die CDU ja auch kein gutes Ergebnis. Das ist ja weniger als die Hälfte des eigentlichen Wahlergebnisses. Und da sieht man, bei den 18 bis 24-Jährigen kommt die CDU eben bei Weitem nicht so gut an, wie in anderen Altersgruppen. Das werden wir ja gleich sehen. Was man eben sehen kann, ist, dass da der Kampf um Rang 1 gar nicht eben so klar entschieden worden ist von der CDU. Wie gesagt, ein Prozentpunkt ist man vor der AfD. Die Grünen kommen da auf Rang 3 mit 15%, sind deutlich stärker als das Wahlergebnis. Das ja bei 5,9% eben liegt. Und dann folgt die FDP auf Rang 4. Auch da ist der Balken bei den 18 bis 24-Jährigen deutlich höher und größer als eben der Balken des Gesamtergebnisses. Und dann haben wir die Linke auf Rang 5 mit 11%. Also zwischen der CDU auf Rang 1 und der Linken auf Rang 5 liegen gerade mal 7 Prozentpunkte. Die SPD liegt bei den 18 bis 24-Jährigen knapp über 5%, nämlich bei 6%. Und man kann sehen, die SPD kommt bei den 18 bis 24-Jährigen eigentlich nicht wirklich gut an. Wie sieht das Ganze bei den 25 bis 34-Jährigen aus? Das ist ja auch noch eine Altersgruppe, die noch nicht so alt ist, wenn wir eben vom Wählen reden. Da sieht es so aus, dass die AfD dort Rang 1 hat mit 28%. Da sieht man, dass der Balken auch klar über dem Gesamtergebnis liegt. Und es ist ein deutlicher Unterschied hier von 11 Prozentpunkten zur Altersgruppe 18 bis 24-Jährige. Die CDU liegt auf Rang 2 mit einem etwas besseren Wert als bei den 18 bis 24-Jährigen. Aber mit 22% ist das auch noch deutlich unterhalb des Gesamtergebnisses. Auf Rang 3 haben wir die Sonstigen. Die Sonstigen sind auch hier noch ziemlich stark in der Wählergruppe mit 18%. Und ja, wir sehen, dass die Grünen nicht so stark sind wie bei den 18 bis 24-Jährigen, aber trotzdem noch zweistellig sind und damit auch klar über dem Ergebnis sind, dass sie insgesamt eingefahren haben. Bei der Linken sieht man 9%, bei SPD und FDP sieht man 6%. Und man kann hier sehen bei der FDP, dass sie zwar bei den 18 bis 24-Jährigen super gut verhältnismäßig angekommen ist, aber bei den 25 bis 34-Jährigen ist das nicht mehr so. Da liegt die FDP eigentlich auf Höhe des Wahlergebnisses. Also da sieht man einen großen Unterschied zwischen diesen beiden Wählergruppen. Wir sehen aber hier bei der SPD auch wieder, um mal auf die zu sprechen zu kommen, also auf die SPD zu sprechen zu kommen, dass auch bei den 25 bis 34-Jährigen die Partei nicht beliebter ist als bei den 18 bis 24-Jährigen. Und man liegt da ja nur knapp über der 5%-Marke. Für die SPD geht es auch bei den 35 bis 44-Jährigen exakt so weiter. Auch da sind es nur 6%. Auch das sieht nicht wirklich gut aus für die Sozialdemokraten. Dann haben wir im einstelligen Bereich die Linke mit 8%. Da sieht man eine größere Differenz zum Ergebnis. Die Grünen haben hier ein weiteres Runtergehen ihrer Balken zu verzeichnen. Bei den 35 bis 44-Jährigen 8% sind es. Zwar liegt das immer noch über dem Wahlergebnis von 5,9% aber nicht mehr so deutlich. Man sieht hier eben schon, dass bei den jüngeren Wählern die Grünen viel besser ankommen als jetzt hier bei den 35 bis 44-Jährigen. Die FDP liegt bei 8%. Und ja, ganz vorne liegt die CDU einen Prozentpunkt vor der AfD. Die AfD ist genauso stark bei den 35 bis 44-Jährigen wie bei den 25 bis 34-Jährigen. Und diese 28% liegen auch klar oberhalb des Gesamtergebnisses. Ja, und die CDU mit 29%, die nähert sich hier in dieser Gruppe ein wenig mehr dem Gesamtergebnis an. Und hier sieht man schon einen größeren Unterschied von 7%-Punkten auf die Altersgruppe 25 bis 34. Die Sonstigen sind nicht mal ganz so stark wie bei den ersten beiden Altersgruppen. Mit 13% liegt dieser Wert aber immer noch über dem Gesamtergebnis der sonstigen Parteien. Als nächstes sehen wir hier den Balken für die 45 bis 59-Jährigen. Und da liegt die CDU erstmals auch wirklich klar vorne. 35% sind das, 26% sind das bei der AfD. Das ist eine Differenz von 9%-Punkten. Und diese 35%, die nähern sich auch dem Gesamtergebnis an. Und wir sehen also jetzt schon bei den ersten vier Balken der CDU, dass im Grunde gilt, je älter die Wähler werden, desto beliebter wird auch die CDU. Die AfD liegt auf Rang 2 mit 26%, ist damit auch noch deutlich überhalb des Gesamtergebnisses. Das ist zwar nicht ganz so stark wie hier diese 28% bei den beiden anderen Wählergruppen davor, also bei den Altersgruppen davor, aber immer noch verhältnismäßig ziemlich stark. Ja, und dann sehen wir, die Linke hat 10%, ist als einzige Partei noch zweistellig. Die SPD kommt auf 7%, die Grünen haben hier in Anführungszeichen nur 6%, die FDP 7% und die Sonstigen sind hier im einstelligen Bereich 9% und damit liegen sie unterhalb des Wahlergebnisses. Wie sieht es aus bei den 60- bis 69-Jährigen, das sind ja jetzt schon tendenziell ältere Wähler. Und da sehen wir, legt die CDU nochmal deutlich zu im Vergleich zur Wählergruppe 45-59, nämlich nochmal 8%-Punkte sind das mehr und da hat die CDU 43% geholt und da liegt man ganz, also noch klarer vorne als noch eben bei den 45- bis 59-Jährigen. Die Partei auf Rang 2 ist die AfD, die hat 19% und damit ist hier eine Differenz von insgesamt 24%-Punkten vorliegend zugunsten eben der CDU. Ja, die AfD, die kommt bei dieser Wählergruppe so im Grunde durchschnittlich an. 20,8% ist ja das Ergebnis, 19% sind das. Und ja, dann sehen wir, die Linke kommt mit 13% besser an als insgesamt beim Ergebnis und die SPD ist zumindest jetzt mal bei 8%, das ist schon mal eine Verbesserung im Vergleich zu den anderen Altersgruppen, die wir hier sehen können. Und ziemlich interessant ist dann eben, dass die Grünen in dieser Altersgruppe bei den 60- bis 69-Jährigen es nicht über die 5%-Hürde geschafft hätten. 4% sind es gerade mal und man sieht, die Grünen haben, je älter die Wähler werden, um desto mehr Probleme eben diese dann von sich auch überzeugen zu können, zumindest in Sachsen-Anhalt. Die FDP liegt bei 6%, das ist irgendwie so in etwa der Schnitt, also so wie das Wahlergebnis eben ist, und die Sonstigen liegen bei 7%. Da kann man also sagen, je älter die Wähler werden, desto weniger interessant sind für sie sonstige Parteien. Und dieser Trend, der setzt sich hier auch bei der Gruppe 70 plus fort, da sind es gerade mal 5%, die sich für die Sonstigen Parteien entschieden haben. Ja, die Wählergruppe 70 plus ist nochmal um einiges krasser in gewisser Weise als die Wählergruppe 60-69 Jahre, denn 49% der Wähler 70 plus haben sich für die CDU entschieden. Also fast jede zweite Stimme und damit fast eine absolute Mehrheit an Stimmen hat sich hier in dieser Gruppe für die CDU entschieden, also eine absolute Mehrheit an Wählern in dieser Gruppe hat sich für die CDU entschieden. 49% sind es. Und die zweitstärkste Partei in dieser Wählergruppe, das ist hier die Linke, beziehungsweise das sind die Linken, und die haben 14% erhalten. Also der Unterschied zwischen Rang 1, CDU, und diesem Fall Rang 2, die Linke, beträgt ganze 35% Punkte, das ist wirklich sehr extrem. Und was auch sehr interessant ist, ist eben hier, die SPD hat plötzlich bei der Wählergruppe 70 plus ein zweistelliges Ergebnis, nämlich 13%, liegt auf Rang 3, und das führt eben dazu, dass das Gesamtergebnis bei 8,4% liegt und damit höher liegt, als bei den meisten anderen Altersgruppen eben. Hier diese 8% bei 60-69 Jahren, die können ja auch gerundet sein, deswegen weiß man nicht genau, ob hier der Balken wirklich niedriger liegt als das Gesamtergebnis, aber hier bei den Wählern 18-59 lag die SPD nicht so gut wie beim Gesamtergebnis, und dass das Gesamtergebnis eben bei 8,4% liegt, liegt eben daran, dass die Wähler 70 plus sich doch verhältnismäßig oft für, oder verhältnismäßig häufiger als bei den anderen Altersgruppen für die SPD entschieden hat. Ja, die AfD, die kommt bei den ältesten Wählern gar nicht so gut an, 11% sind das, das ist zwar ein zweistelliger Wert, aber der schwächste Wert bei allen Altersgruppen oder unter allen Altersgruppen, das reicht hier nur für Rang 4 in dieser Wählergruppe, die FDP kommt gerade mal auf 5%, aber immerhin, das würde ja für den Einzug in den Landtag reichen, gut kann natürlich auch sein, dass es durch Rundung auf 5% nach oben gekommen ist, aber es sind zumindest 5% bei der FDP, und ja, die Grünen setzen ihre Misere fort bei den Älteren, bei 3% liegt der Wert, das ist der schwächste Wert, und ja, man kann ganz klar sehen bei den Grünen, je älter die Wähler werden, das habe ich ja eben schon gesagt, und jetzt kann man es ganz klar bestätigen, desto weniger häufig werden die Grünen gewählt. Ganz anders sieht es eben bei der CDU aus, da gilt je älter die Wähler werden, desto häufiger wird sie gewählt, das gilt übrigens auch, zumindest ab der Wählergruppe bis 44 Jahren für die SPD. So, und jetzt stellt sich natürlich die Frage nach unseren Beobachtungen, sind die auch auf Sachsen-Anhalt zutreffend? Also, die erste Aussage ist, Grüne und FDP haben die besten Werte bei den jüngeren Wählern, das können wir eigentlich bestätigen, bei den Grünen sieht man, dass sie bei den ersten beiden Wählergruppen zweistellig ist, und damit deutlich stärker ist als beim Gesamtergebnis, bei der FDP muss man sagen, es ist nur die erste Wählergruppe von 18 bis 24 Jahren, die die FDP, ja, deutlich häufiger gewählt hat als die anderen Wählergruppen. Deswegen können wir aber insgesamt sagen, ja, das ist zutreffend. Hier bei der FDP, wie gesagt, ist die Gruppe der 18 bis 24-Jährigen besonders stark, die Grünen sind eben auch noch bei der Wählergruppe 25 bis 34 Jahre zweistellig. So, gucken wir auf die zweite Aussage, die AfD hat besonders starke Werte in der Altersgruppe 35 bis 54 Jahre, um das vorwegzunehmen, das ist nur partiell richtig. Also 35 bis 54 Jahre sind ja einmal dieser Balken mit 28% und dann größtenteils eben auch der Balken hier mit den 26%. Wenn wir uns diese Balken hier mal anschauen, dann liegen die klar über dem Gesamtergebnis und auch über den Werten von hier der Gruppe 18 bis 24, 60 bis 69 und 70 plus. Und demzufolge kann man schon sagen, ja, diese Wählergruppe hier 35 bis 59 die wählt verhältnismäßig häufig die AfD, aber die Wählergruppe 25 bis 34 kommt ja eben auch auf 28% und hat demzufolge auch ziemlich oft die AfD gewählt. Und demzufolge muss man sagen, ist die Aussage eben nur partiell richtig. Natürlich muss man sagen, ich gehe nochmal kurz zurück auf diese Folie, bei YouGov gibt es eben diese Unterscheidung nicht in 18 bis 24 und 25 bis 34-Jährige, so dass man nicht weiß, wie eigentlich die 25 bis 34-Jährigen auf Bundesebene wählen und wie sich das auch verhält zu den 18 bis 24-Jährigen in Bezug auf die AfD. Aber es ist zumindest davon auszugehen, dass auf Bundesebene die 25 bis 34-Jährigen nicht so oft die AfD wählen wie die 35 bis 44-Jährigen. Insofern kann man schon auch dabei bleiben, dass das Ganze nur partiell richtig ist. Kommen wir nun zur dritten Aussage. SPD und Union haben die besten Werte unter älteren Wählern. Wir können natürlich jetzt nicht die Union an sich untersuchen, nur die CDU. Aber diese Aussage ist zu bejahen. Denn ja, wir sehen es bei der SPD, da ist plötzlich der Balken bei 70 plus deutlich höher als bei den anderen Altersgruppen. Und bei der CDU kann man ja sehen, dass im Grunde schon ab 60 plus die Balken nochmal deutlich höher liegen als hier bei der Gruppe 45 bis 59. Also je älter die Wähler werden, desto eher haben sie sich für SPD und CDU entschieden, vor allen Dingen für CDU. Aber man sieht es ja auch, bei der SPD ist das ein deutlicher Unterschied zu den anderen Altersgruppen. Und demzufolge kann man diese Aussage mit einem Ja eben versehen. Klar, Union in Anführungszeichen. Denn wir können ja nur die CDU, nicht die CSU hier in Sachsen-Anhalt untersuchen. Aber im Prinzip stimmt das, dass in Sachsen-Anhalt eben es auch so ist. Je älter die Leute sind, die gewählt haben, dann ist es eben auch so, dass die CDU stärker geworden ist und eben auch die SPD ist da stärker geworden im Verhältnis zu den anderen Altersgruppen. Ja, und damit sind wir jetzt auch am Ende von diesem Video angelangt. Ich hoffe, das war mal ein interessanter Einblick jetzt in eine konkrete Wahl. Und ja, das soll es zu diesem Video gewesen sein. Jetzt kommt es in eine konkrete Wahl. Untertitelung des ZDF, 2020